Chuck Norris haut sich zum Frühstück zwei Pfannen in die Eier. Chuck Norris' Cowboy-Stiefel sind aus echten Cowboys. Chuck Norris spricht während der Fahrt zum Busfahrer. Chuck Norris hat Gallien besetzt. Ganz Gallien, ganz Gallien. Globale Erderwärmung gibt es nicht. Chuck Norris war einfach kalt, also hat er die Sonne aufgedreht.